Apu the F Follow the Pale War Hallo und herzlich willkommen zur sonntäglichen Ausgabe von Nitrospeed Most Wanted Wir schauen uns gleich erstmal an was es so an Verfolgungen gibt Einmal Cola lässt mich aufstoßen Zwölf Polizeiwagen rammen und dann flüchten In einer einzigen Verfolgung Kopfgeld von 30.000 und entkommen In unter 3 Minuten entkommen Verfolgung 6 Straßensperren umfahren Das war auch Wo man mit etwas Geschwindigkeit durchfahren muss Aber ich mache erstmal zum Flutterschlüpfen Und vor mit einer anderen Korrent Und wir nehmen mal den hessischen Golf Und wir machen das Das Weil wenn die komplett gekasht sind Da juckt das nicht Es ist so stark Ach da hat ja nicht die Kiko Kann ich schnell sein Das ist jetzt nicht wahr Oh ne Muss ich nicht verstehen oder Leute Springt selber ins Aus Also Sorry aber sowas hohes habe ich schon nicht erlebt So Damit haben wir Schon den ersten Meilenstein erreicht Und wir machen gleich erstmal Achso Ich muss jetzt die Meilensteine gehen Äh 6 Straßensperren Kopfgeld 30 Es ist ja egal welches Entschuldigt die Wege Die wird nicht so Erleicht Das Nicht so Ich würde so Erleicht Ich würde so Gäste Erleicht Das tremt Ist ja Es Es ist nicht schon geil. Meiner Meinung nach. Schickt mir nur alles was wir haben. Wo ist denn alles was wir haben? Halt Polizei! Ich habe nur das gemacht was die Polizei mir gezeigt hat. Ich bin auf Stufe 2 jetzt. Oh mein Gott. Schnapp den! Greif zu! Ich bin auf Stufe 2. Ich bin auf Stufe 2. Jetzt komme ich an die schwarzen Augen. Ich habe keine Idee. Ich bin auf Stufe 2. Okay, verstanden. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Ich bin auf Stufe 2. Ich bin auf Stufe 3. Ich bin auf Stufe 3 zu. Ich bin auf Stufe 3. Ja. Oh mein Gott. Wir wollen uns zuhören. Oh mein Gott. Keine einzige Straßensperre hier. Da habe ich schon ein bisschen hässlichen Gölfen, die kommen da immer her. Straßensperre. Schlimm, schlimm, schlimm. Schick alle her. Stimmt, das wird eine lange Verfolgungsauf. Aber ich glaube, die brauchen noch ein paar Minuten. Ah, ist das jetzt der Golfblatt? So ist das nicht. Ja, der Golfblatt. Warum nicht? Ich bin wenigstens so freundlich. Ich warte auf die Google-Bahn. Ich bin alleine. Bei einer allerhandischen Ausführheit. Ich brauche Verstärkung. Verstärkung ist eine Minute vor Ahr 20. Schale 15, kommen aus Richtung Südorten. Bremse weiter sicherheitlich sein. Ist er weit. Auskehr, ihr könnt mich mehr rechnen. Ja, da ist er wieder vor mir. Wer verfolgt jetzt dem? Ja, wie lange. Noch 10 Sekunden. Warte, wir müssen noch fressen. Wie lange. Wie lange. Wie lange. Wie lange. Wie lange. Wie lange. Dieseärende Beine Zeit sind doch sehr nett. Ich bin gut gespannt. Wie lange. Wie lange. Das wird schneller. Warum denn? Macht doch kein Spaß. Noch mehr. Die haben jetzt hier auch wieder Corvette-Wipo. Mit einem Schuss öffnen, Kollege. Ah, jetzt tun wir sie schon selber ausschalten. Ist doch besser. Nichts haltet ihn fest. Ich hab schon gedacht, ich hab euch verloren, meine Freunde. Das geht so nicht. Kopfgeld erreicht. Klasse. Negativ bleibt Information. Wiederhole bleibt Information. Einheiten der Kotalverfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet. In südlicher Richtung. Im Dreieck, Dietesburg. Der Eingang bleibt auf Zugzeug. Wetter wird abgesperrt. Wieder auf die Eingang. Gibt's die hier irgendwo rum, oder? Aaaaahhhhhh. Musik. Die er anständlich auch die Einheiten. Wo er ihn noch? Oder die Erwerbsgeräte? Ja, komm, vornig. Ja, vordergegen, ey. Den Pazisten. Wenn ich den Helden noch haben und dann möchte ich den Straßensperrn-Gübsten besinnen erzählen. Oder, jetzt haben wir hier noch einen Straßensperrn. Ja, jetzt entkommt er, weil er durch die Straßensperrn gerastet ist. Okay, noch eine Straßensperrn-Gübsten. Die habe ich jetzt nur in vorn. Wie lange, wenn er da hinten ausstanden ist, ich bin schnell von meiner Mann. Das ist bei Einstein eine Weißstraße entstanden. Ich glaube schon noch gar nicht. Was macht es hier? Wir haben ihn. Auf jeden Fall. Ich verweidere und wir haben ihn. Hä? Logik, wer sind Sie? Hat sie erwischt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug. In Fahrt Richtung Osten. Auf der State Street. Absperrung erstens. Fahrzeug erstens. Schenk Einheiten. Auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Verdammt. Verkeilt durch dieses scheiß rote Auto. Verdächtiger ist verhaftet. Alle Einheiten Tempo reduziert. Gesamtkosten, naja. Noch mal mit Geld gezahlt. So. Dann nehmen wir erstmal wieder den. Wir speichern ab. Haben schon 29% des Spiels geschafft. Find ich geil. Und. Auch wenn das jetzt noch unter der Zeit ist. Ich verabschiede mich trotzdem, weil nochmal so eine Verfolgung, das wird ein Rahmen spreng. Deshalb. Macht's gut. Schönen Sonntag noch. Und. Auf Wiedersehen. Tschüss.